Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir konnten längst weg sein. Wir konnten längst in Schweden sein. Ich muss dir noch etwas sagen. Wir bekommen ein Kind. Gerade jetzt. Wo alles so unsicher ist. Nein, nein, nein. Das ist doch wenigstens eine gute Nachricht. Das ist doch wenigstens etwas, woran man sich halten kann. Ja, wir müssen uns halten. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Wir müssen uns nicht glauben. Wir müssen uns nicht sagen, ob wir uns nicht glauben. Untertitelung des ZDF, 2020